Musik In Mömbres wird Karneval nicht wirklich groß gefeiert. Es ist eine kleine Marktgemeinde in Unterfranken und im Rathaus ist auch wenig los. Eigentlich passiert hier nie etwas. Aber was ist das hier? So was wie eine Verschwörung? Der Rathaussturm ist in vielen Orten eine Tradition zu Karneval. Dabei übernehmen die Narren die Macht für den Rest der sogenannten fünften Saison. Allerdings wird es normalerweise größer aufgezogen. Vermutlich hat Mömbres den kleinsten Rathaussturm Deutschlands. Die Anführer dieses kleinen Aufstands sind Prinz Florian der Erste und Prinzessin Natascha die Erste. Rathaussturm 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 war wohl ein Ablenkungsmanöver. mit meiner Prinzessin, die macht Handmichreisen, das haben wir ja schon getan und wir hätten uns mal den Schlüssel. Der Schlüsselprinz hat er in seiner Hosentasche. Nee, der ist nur Rathaus. Ja, ja. Dann würde ich vorschlagen, gehen wir rein. Oder? Nehmen wir erst den Schlüssel ab. Wie ist er denn, Herr Bürgermeister? Im Rathaus. Rathaus. Heelau. Rathaus. Heelau. Rathaus. Heelau. Rathaus. Heelau. 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 So, einmal umgeregt. Ich glaube, die Kamera will ab, wie sie fotografieren. Heelau. Rathaus. Heelau. Heelau. Fangen wir uns um den Bürgermeister? Hello! Wo ihr wer holt? Hello! Ich hab's doch nicht vergessen.